RS-FF ist hier ein anderer Begriff für RS-Flipflop, aber ich erkläre den Begriff hier einfach nochmal. RS-Flipflop ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Digitaltechnik. Das RS-Flipflop bildet den Grundbaustein aller Flipflops in der Digitaltechnik. Deshalb ist das RS-Flipflop auch sehr wichtig zu verstehen. Hier nun eingeblendet ist das Schaltzeichen des RS-Flipflop. So wird es natürlich üblicherweise dargestellt, uns interessiert jetzt aber, da das RS-Flipflop gerade der Grundbaustein aller Flipflops ist, wie es denn im Inneren des RS-Flipflop aussieht. Wie ist denn ein RS-Flipflop aufgebaut? Im Endeffekt ganz einfach, wir haben zwei NOR-Glieder, diese sind wie hier gezeigt verschaltet. Wenn dieser Aufbau näher interessiert, dazu habe ich noch ein extra Video gemacht, wo der ganze Aufbau eben näher erklärt wird und unter anderem alle verschiedenen Schaltmöglichkeiten aufgezeigt werden. Alternativ kann man das RS-Flipflop auch mit zwei Nähngliedern realisieren. Soweit haben wir uns jetzt das RS-Flipflop im Inneren angeschaut. Jetzt schauen wir uns aber nochmal das Schaltzeichen näher an. Hier finden sich ebenfalls vier Anschlüsse. Die zwei Eingänge und die zwei Ausgänge. Der Setzeingang, der Rücksetzeingang, der normale Ausgang und auch der negierte Ausgang. Normalerweise besitzt das RS-Flipflop, wie hier gezeigt, keinen Takteingang. Es handelt sich also beim RS-Flipflop um ein ungetaktetes Flipflop. Es gibt zwar auch RS-Flipflop mit Takteingang, diese sind allerdings eine Besonderheit. Schaltzeichen würde dann wie hier gezeigt aussehen. Also normalerweise hat das RS-Flipflop keinen Takteingang. Wir legen an die beiden Eingänge, wie bei der Digitaltechnik üblich, Einsen und Nullen an. Um nun zu wissen, was am Ausgang rauskommt, gibt es eine sogenannte Wahrheitstabelle. Eine solche Wahrheitstabelle wird üblicherweise bei Flipflops eingesetzt, da sie übersichtlich alle Möglichkeiten zeigt, die es gibt. Jede Flipflop-Art hat natürlich seine eigene Wahrheitstabelle. Hier die, dass er als Flipflop eingeblendet. Wir haben hier einmal alle Möglichkeiten, die wir an die beiden Eingänge anlegen können und dann eben auch dementsprechend alle Möglichkeiten, die der Ausgang annehmen kann. Gehen wir mal die verschiedenen Möglichkeiten durch. Am Setzeingang 0, am Rücksetzeingang 1, es wird rückgesetzt. Gibt am Ausgang 0 aus. Der negierte Ausgang ist dementsprechend negiert und somit 1. Hier sieht man das Verhalten auch anhand eines Ablaufdiagramms. Setzeingang 0, Rücksetzeingang 1, Ausgang 0. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Am Setzeingang 1, am Rücksetzeingang 0. Es wird gesetzt. Gibt am Ausgang 1 aus. Der negierte Ausgang ist dementsprechend 0. Hier nun nochmal das Ablaufdiagramm eingeblendet. Setzeingang 1, Rücksetzeingang 0, Ausgang 1. Bei der nächsten Möglichkeit ist der Setzeingang auf 0 und der Rücksetzeingang auch auf 0. Der Ausgang nimmt hier den alten Zustand an. Das heißt, der Ausgang verändert einfach nicht seinen Zustand. Es bleibt einfach der alte Zustand bestehen. Auch nochmal sehr schön anhand des Ablaufdiagramms zu erkennen. Der Setzeingang ist auf 0, der Rücksetzeingang auch. Der Ausgang ist auf 1, da ja der letzte Zustand auch eine 1 war. Wäre der letzte Zustand 0 gewesen, hätten wir jetzt auch eine 0. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, dass der Setzeingang auf 1 ist und auch der Rücksetzeingang auf 1 ist. Am Ausgang haben wir nun einen undefinierten Zustand. Wir wissen nicht, was am Ausgang rauskommt. Deshalb wird dieser Zustand auch verbotener Zustand genannt. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.